Hallo und herzlich willkommen zum Audioprogramm Tiefenentspannung und Blockadenlösung mit Hilfe von Hypnose. Dieses Programm wird dich unterstützen, einen tiefen, entspannten Zustand zu erreichen. Denn wie du weißt, in der Ruhe liegt die Kraft. Bevor wir jedoch mit der Hypnose beginnen, habe ich noch einige Anmerkungen. Diese CD sollte nur zu Hause gehört werden. Am besten in liegender Position, in einem Raum, wo du circa für eine halbe Stunde ungestört sein kannst. Am besten ist es, wenn du lockere, bequeme Kleidung anziehst, die dich nicht einengt, alle Telefone ausschaltest und vielleicht sogar auch die Klingel. Falls du dich bis jetzt noch nicht hingelegt hast, möchte ich dich bitten, dieses jetzt zu tun. Ich werde dich nun, wenn du möchtest, in einen tiefen, angenehmen Zustand der Entspannung führen. Dabei brauchst du nichts Besonderes zu tun, außer meiner Stimme zuzuhören, der wundervollen Musik im Hintergrund und meine Anweisungen befolgen, so gut du es eben kannst. Suche dir nun eine Stelle an der Decke aus, sodass du nach oben schaust und konzentriere dich nur an diese eine Stelle. Blinzle nicht dabei. Diese Konzentration auf diesen Punkt hilft deinem Unterbewusstsein, sich zu öffnen und es nimmt meine Worte ganz tief in dein Inneres auf. Dabei atmest du ganz ruhig und entspannt. Fühl mal, wie sich während du auf diesen Punkt schaust, ein angenehmes Gefühl der Ruhe und Entspannung so langsam in deinem Körper zu verbreiten beginnt. Dein Unterbewusstsein öffnet sich nun ganz weit und es nimmt jedes Wort auf, das ich sage und setzt es genauso um, wie ich es sage. Konzentriere dich weiter nur auf diesen Punkt. Immer weiter öffnet sich dein Unterbewusstsein und meine Worte fließen ganz tief in dein Inneres. Immer deutlicher fühlst du, wie dein Unterbewusstsein beginnt, dich immer tiefer und tiefer in diese angenehme, sanfte Entspannung zu führen. Nun darfst du deine Augen entschließen und konzentriere dich jetzt nur noch auf meine Stimme. Nimm nochmal einen richtig tiefen Atemzug und achte mal auf deine Atmung. Du atmest tief und ruhig. Du atmest langsam ein, so lange wie du kannst, um deine Lungen vollständig zu füllen und dann wieder langsam aus. Haus Jeden Tag bewältigst du eine Vielzahl von Aufgaben. Dein ganzer Tag und deine ganze Woche sind wahrscheinlich streng durchgeplant. Vielleicht hast du Kinder, die es zu versorgen gilt, einen Haushalt, um den man sich kümmern muss. Vielleicht bist du auch dazu noch berufstätig oder du bist vielleicht Schülerinnen oder Studenten mit anderen Stresssituationen. Immer versuchst du es allen mit Menschen recht zu machen und achtest am allerwenigsten auf dich selbst. Nimm dir mindestens zweimal pro Woche Zeit für dich, um zur Ruhe zu kommen, um wieder Kraft zu tanken für alle bevorstehenden Aufgaben. Lass jetzt los! Lass die Entspannung sich ausbreiten und schenke deinem Unterbewusstsein das Vertrauen, dass es alles in deinem Inneren, was für das Erreichen des Entspannungszustandes wichtig ist, genauso durchführen wird, wie es für dich, deinen Körper und dein Unterbewusstsein gut und gesund ist. Ich bitte dich nun, dich ganz auf meine Worte zu konzentrieren und deine komplette geistige Kraft auf das zu lenken, was ich zu dir sage. Es ist wichtig, deine Gedanken so gut wie es dir möglich ist, auf meine Worte zu lenken, denn so kann dein Unterbewusstsein den tiefstmöglichen Zustand der Entspannung in deinem Inneren erzeugen. Entspanne dich nun bitte vollkommen, entspanne deinen ganzen Körper und lass richtig Ruhe in dich einkehren. Atme langsam und gleichmäßig fühle, wie sich so allmählich die ganze Muskulatur entspannt. Dein Puls wird langsam immer ruhiger und immer mehr angenehme Ruhe kehrt in dich ein. Immer mehr entspannt sich dein ganzer Körper. Ein sehr angenehmes Gefühl der Ruhe und Entspannung breitet sich in deinem ganzen Körper aus. Konzentriere dich nun einmal bitte ganz auf die Muskulatur und deine Augen, deine Augenlider, deine Augenbrauen. Bewege sie nicht, sondern fühle sie einfach so intensiv, wie du nur kannst. Und versuch da mal alle Anspannung loszulassen, die da in mir ist. Jetzt konzentriere dich auf deine Stirn und lass auch hier alles los, was du loslassen kannst. Fühl mal genau, wie sich so deine Stirn anfühlt. Und falls sie noch in irgendeiner Form angespannt sein sollte, dann lass diese Anspannung einfach los, so gut du gerade kannst. Fühle auf die gleiche Weise auch in deinen Kiefer, in dein ganzes Gesicht und lass los. Entspanne deinen ganzen Kopf, fühle in deinen Kopf hinein und entspanne alles, was vielleicht noch angespannt ist. Entspanne jetzt deinen Hals und entspanne auch deinen Nacken. Fühl mal, wie sich von deinem Kopf aus ein angenehmes, warmes Gefühl der Ruhe und Entspannung in deinen ganzen Körper ausbreitet. Fühle einfach nur, fühle ganz genau. Und wenn du fühlst, dass du noch irgendwas loslassen oder entspannen kannst, dann lass jetzt einfach los. Fühle einmal ganz genau in deine Schultern und entspanne sie. Fühle in deine Oberarme, fühle auch in deine Unterarme. Entspanne deine Hände vom Handgelenk über den Handteller bis ganz in die Fingerspitzen. Nun entspanne deine Wirbelsäule vom Kopf an Zentimeter für Zentimeter und mit ihr deinen ganzen Rücken. Fühle, wie dieses angenehme Gefühl der Entspannung sich ausbreitet und deine ganze Wirbelsäule umhüllt und in deinen ganzen Körper fließt. Lass jetzt alles los, was noch nicht entspannt ist. Entspanne jetzt deinen Oberkörper, entspanne deinen Bauch, entspanne deine Beine, entspanne deine Füße bis ganz tief in die Zehenspitzen. Immer mehr breitet sich dieses angenehme Gefühl der Ruhe und Entspannung in deinen ganzen Körper aus. Immer mehr entspannt sich jeder Muskel in dir. Und du beginnst langsam zu sinken in einen angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Fühl dich jetzt einfach vollkommen wohl und lass alles los, was noch nicht losgelassen ist. Genieße diesen Moment, genieße diese Entspannung. Nichts kann dich jetzt mehr stören. Nichts ist jetzt wichtig. Du hörst nur auf meine Stimmen, auf diese wunderschöne Musik im Hintergrund. Und mit jedem Wort, das ich zu dir sage, entspannt sich dein ganzer Körper noch mehr und mehr. Immer mehr singst du in diese Entspannung. Immer mehr Ruhe kehrt in dich ein. Tiefer und tiefer und tiefer singst du in diesem angenehmen Zustand. Und mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, das ich zu dir sage, singst du noch tiefer. Und tiefer in diesem angenehmen Zustand. Immer tiefer und tiefer. Jeder Atemzug bringt noch mehr von dieser angenehmen, warmen Energie, die die Entspannung mit sich bringt, in deinen ganzen Körper. Jeder Atemzug entspannt dich noch mehr. Immer tiefer und tiefer. Nun lass deine Gedanken fließen. Halte keinen Gedanken fest. Lass deine Gedanken einfach kommen und gleich wieder gehen. Lass sie ziehen. Lass sie entschweben wie einen Luftballon. Halte an keinem Gedanken fest. Immer wenn ein Gedanke in dir aufsteigt, dann nimmst du ihn kurz an und lass ihn gleich wieder los. Kein Gedanke kann dich jetzt mehr stören. Du hörst nur auf meine Stimme und singst dabei tiefer und noch tiefer. In diesem angenehmen Zustand der Ruhe und Entspannung. Immer tiefer und tiefer. Kein Gedanke stört dich jetzt mehr. Nichts kann dich jetzt mehr stören. Kein Geräusch. Kein Lichtstrahl. Kein Gedanke. Einfach nichts. Alles Äußerliche ist vollkommen egal. Vollkommen gleichgültig. Vielleicht nimmst du es für einen kleinen Moment wahr. Aber es hat hier und jetzt einfach keine Bedeutung mehr. Nichts ist wichtig und du fühlst dich vollkommen wohl. Du fühlst dich sicher und geborgen und beschützt. Jedes Geräusch, jeder Reiz von außen lässt dich einfach nur noch tiefer und tiefer sinken. Immer tiefer und tiefer. Dein Unterbewusstsein öffnet sich noch ganz weit für meine Worte. Ganz weit öffnet sich dein Unterbewusstsein. Es nimmt jedes Wort auf, das ich sage und setzt es genauso um, wie ich es sage. Singt dir einfach tiefer und tiefer, während dein Unterbewusstsein sich immer weiter öffnet und meine Worte immer besser aufnehmen und immer tiefer in dein Inneres tragen kann. Du singst noch tiefer und tiefer, mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, das ich sage. Du bist vollkommen entspannt und entspannst dich immer noch mehr. Immer tiefer und tiefer, mit jedem Atemzug, mit jedem Wort, was ich sage. Nun bist du bereits angekommen in einem recht tiefen Zustand der Ruhe und Entspannung. Und du kannst dich einfach immer noch tiefer sinken lassen. Dein Unterbewusstsein führt dich immer tiefer und tiefer in diesen wunderbaren Zustand und der Entspannung, sinke tiefer und tiefer. Dein Unterbewusstsein und dein Körper werden nun gleich die Möglichkeit bekommen, sich von allen Ballast zu reinigen und sich von allen Blockaden zu befreien, um neue Kraft zu schöpfen. Damit dich dein Unterbewusstsein von allen Blockaden befreien kann, bitte ich dich nun dir einfach das vorzustellen, was ich dir gleich erzählen werde, so gut du es eben kannst. Dazu möchte ich dich zu einer wunderschönen, magischen Insel in der Karibik entführen. Diese Insel hat einen Sandstrand wie aus Puderzucker. Auf der Insel stehen schöne, prächtige Palmen und zwischen zwei Palmen ist eine Hängematte eingebracht. Du bist ganz allein auf dieser Insel, weit weg von allen Belastungen, Problemen, von anderen Menschen, Fahrzeugen oder sonstigen Störquellen. Du darfst dich jetzt in diese Hängematte reinlegen und das leichte Schaukeln genießen. Du hörst auch das Rauschen des Meeres, welche als eine türkisblaue Farbe hat. Dieses leichte Schaukeln lässt dich noch tiefer und tiefer in diese wundervolle, angenehme Entspannung sinken. Immer tiefer und tiefer sinkst du. Und während du immer tiefer sinkst, genießt du auch die angenehme Temperatur der Sonne und der Sonnenstrahlen, die deinen ganzen Körper umhüllen. Stell dir mal bitte vor, dass alles, was deinem Körper schwächt, was der Kraft nimmt, egal ob es sich um Gefühle, Gedanken, Blockaden, Stress, Unruhe oder vielleicht nur ein kleiner Infekt, alles, was deinem Wohlbefinden im Weg steht, all das fließt nun zusammen und bildet irgendwo in deinem Körper einen Eisblock. Keine Sorge, du fühlst natürlich keine Kälte, du fühlst dich weiterhin vollkommen wohl. Der Eisblock stellt nur ein Symbol für dein Unterbewusstsein dar, damit die Blockaden zugänglich werden und sich auflösen können. Stell dir nur diesen Eisblock vor deinem inneren Auge vor und platziere ihn dann irgendwo in deinem Inneren, da, wo es sich für dich stimmig anfühlt. Vielleicht in deiner Brust oder in deinem Bauch oder woanders, irgendwo, wo es für dich und dein Unterbewusstsein sich gut anfühlt. Sehr gut! Während du weiterhin ganz entspannt in deiner Hängematte auf dieser magischen Insel liegst, beginnt dein Unterbewusstsein zu arbeiten und es fließen alle Blockaden zusammen zu einem großen Eisblock. Stell dir einmal diesen Eisblock vor. Schau ihn dir an vor deinem inneren Auge. Sieh mal, wie groß, hart und festgefroren er ist. Sieh hin, wie viele Blockaden da zusammengeflossen sind. Da sind nun alle großen und kleinen Dinge, die sich angesammelt hatten, die dich belasteten oder bedrückten, körperlich oder seelisch, all das hat diesen großen Eisblock gebildet. Und nun kannst du gleich dem Befehl erteilen, diesen Block zu schmelzen. und da du dich hier auf einer magischen Insel befindest, hat auf dieser Insel die Sonne ganz magische Kräfte. Ihre Strahlen haben die Macht, alles Schlechte und Belastende in Positives, Heilendes und Gutes zu transformieren. Lenke nun die Sonnenstrahlen auf die Stelle in deinem Körper, wo du deinen Eisblock platziert hast und sieh zu, wie er langsam zu schmelzen beginnt. Und alles, was jetzt schmilzt, verwandelt sich nicht einfach in normales Wasser, nein, es verwandelt sich in einen angenehmen, warmen, heilsamen Dampf. Der Eisblock wird kleiner und kleiner und alle Blockaden lösen sich allmählich auf. Was eben noch störend und belastend war, ist nun hilfreich und wohltuend. Der Dampf beginnt nun auf vollkommen angenehme Art und Weise durch deinen ganzen Körper zu fließen. Fühl mal in deinen Körper. Er fließt in jeden Bereich, in jede Zelle deines Körpers und dort wo seine reinigende heilsame Kraft besonders benötigt wird, beginnt er sich zu sammeln. Dort wo es noch etwas zu lösen gibt oder wo noch etwas verstopft oder blockiert ist, sammelt er sich und löst es mit seiner heilsamen Energie. Der magische heilende Dampf fließt durch deinen ganzen Körper und erfüllt dich mit vollkommen angenehmer Energie. Vielleicht fühlst du wo er sich jetzt gerade befindet, vielleicht fühlst du wo er sich konzentriert um noch etwas zu lösen und je mehr du von dem Eisblock schmilzt desto mehr entsteht heilige magischer Dampf der immer mehr angenehme Kraft bekommt. Desto besser kann er dein Inneres reinigen. Desto besser kann er alle Blockaden in dir lösen und den Fluss der Energie in deinem Inneren wieder frei werden lassen. Schmilz nun den Eisblock lass alles verdampfen. Sieh hin wie er vor deinem inneren Auge immer kleiner und kleiner wird und sich allmählich ganz auflöst und fühle wie sich dein ganzer Körper immer mehr mit dieser angenehmen Energie füllt. Vielleicht kommt jetzt gerade wieder etwas in Fluss wo vorher eine Stauung war. Vielleicht fließt nun Energie in einen Bereich wo sie vorher nicht hingelangen konnte und füllt diesen mit neuer Wärme. Spüre was sich in deinem Körper bewegt und genieße noch ein bisschen dieses angenehme Gefühl. Ich werde jetzt kurz ein paar Minuten schweigen und deinem Unterbewusstsein noch etwas Zeit geben dass es diesen Dampf durch deinen Körper zirkulieren lässt und dann langsam mit deiner Atmung wieder entweichen kann. Dampf Mit der Ausatmung des Dampfes entweichen jetzt noch die restlichen Blockaden und alles, von was er dich gereinigt hat. Nun ist es Zeit, diese wunderschöne magische Insel wieder zu verlassen und ins Hier und Jetzt zurückzukehren. Ich werde gleich bis 3 zählen und bei der Zahl 3 kannst du deine Augen wieder öffnen und bist vollkommen wach. Ich zähle nun bis 3 und bei der Zahl 3 bist du wieder vollkommen wach. 1. Deine Atmung, dein Puls und dein Blutdruck normalisieren sich wieder auf für dich normale Wachwerte. 2. Dein ganzer Körper kehrt immer mehr zurück in den für dich normalen Wachzustand. 3. Wach auf, öffne deine Augen. So, nun wünsche ich dir noch einen angenehmen Tag oder auch Abend und solltest du jetzt tiefenfest schlafen, so wirst du morgen früh vollkommen ausgeruht und entspannt aufwachen. 3. Du wirst voller Kraft und Energie sein und all deine täglichen Aufgaben mit Freude und Leichtigkeit erledigen. 3. Du wirst gut schön zerbreißuer. 3. Du wirst gut leben. 4. Du wirst weg flie hin. 4. Du wirst gut gehen. 5. Du wirst gut erkennen. 5. Du wirst gut scien.